ha youtube hier ist euer mr selector mal wieder diesmal alleine unterwegs im world wide web ohne den negativen und ohne den candy mann da ich ja die fieber sache so ein bisschen für mich machen und nach dem letzten video ein paar geile zuschriften und so bekommen und ich zeige euch das mal genau das war ja mein aktuelles team zurzeit aber ich werde es wechseln also von den vorschlägen die ich reingeschrieben bekommen habe habe ich genommen den diego als eto m den podolski als ms und den gündogan als z dm ich hatte es im auswechseln schnell also das war was ihr jetzt hier seht ist so mein fitness team oder mein auswechselteam halt einfach nur und ihr habt ja gesehen ich zeige euch das gleich weil ich wechsel das mal schnell aus also ich wechsle das jetzt so ein wie ich das für meine erste manche halt am besten spielen lässt für mich der dante ist extrem fett also der ist gut der hat so kopfverschlägt da hinten ah ja den fuchs hatte ich mir noch gegönnt als linker außenverteidiger oder als linker verteidiger für allahva weil er auch recht günstig war so das ist eigentlich so mein team mit dem ich so angefangen habe 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 ich ja noch mal gesagt dass ich das geschenk bekommen habe auch in der formation in der 4 2 3 1 das ist schon richtig genau und ich komme mit diesem mit der formation richtig richtig geil klar ihr seht ja selbst ich habe 26 sieger einen einen unentschieden und sechs niederlagen aus 26 niederlagen muss man auch sagen das sind drei zwei dabei von dem pokal spielt ihr seht ja selbst ich habe es 35.000 deswegen habe ich mich gefragt wie es aussieht sieht ob ihr günstige spiele habt weil ja ich habe keine millionen mehr aber wir fangen an ich werde das erste spiel machen ich habe gesagt ich bin schon in liga 1 wieder also ich habe das schnell durchspiel zu liga 4 und liga 5 und dann bist du denke ich wollte doch nicht sehen irgendwie die 1 wir mal starten jetzt hier mal weiter und dazu werde ich jetzt hoffen wir mal dass man mal ein gegner finden weil das war auch nicht immer so einfach aber dann irgendwann aber schnell bei oh oh ja könnt ihr euch mal einschreiben für die leute die auch die anderen die jetzt gucken so wie grid und sowas könnt ihr euch mal reinschreiben wie ihr das so findet sagt kritiken sind wir ganz gut angesehen für uns kommt ja noch nicht noch aber für sowas habe ich halt immer die musikalische und normale gibt es doch nicht hier oder wo sind die gegner so spät ist es doch gar nicht ganz spiel habt ihr alle angst vielleicht können das einige das ist vom daft punk nur der remix davon so haben wir gegner gefunden natürlich im signal luna park ich bin ja schon 22 jahre durch das sieht aus ja ihr seht jetzt lassen die kleinen cheater mich klein pimmeln nicht mal in ruhe meine güte aber ja ich gebe das die hoffen das sieht doch genauso schlicht aus ich gebe auch die hoffnung nicht auf dass wir echt mal zum spielen kommen aber das sieht auch nachschiede aus jawohl jawohl nein das trikot so sah schon dann aus ja hier sehen wir ein reines bpr team das heißt ja ist ein reines bpr team aber das klassische halt mit starbart und so und dann will ich euch mal zeigen wie ich die letzten spiele so verbracht habe ja so wir müssen ja wir müssen so ein zwei sachen kann ich euch mal erzählen so auf dem auf dem weg so zur liege eins wir können vergessen dass ich in liga 5 gegen bronxeteams gespielt habe nein 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 da läuft doch irgendwas nicht mit rechten dingen zu ich habe gegen die teams habe gegen teams gespielt gegen die kompletten todtis gegen die kompletten tots und das alles in der vierten und fünften liga also das war denn nicht so einfach gleich durchzurennen meine fresse jetzt bin ich aber direkt zusammen und martiness der spiel auch ganz geil also ich hätte wo der 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 candy man mir wo der candy man mir die spieler geschenkt hat in dem system hätte ich gedacht naja scheiße so aber manche spieler die ich mir so nie gekauft hätte die sind echt gut schnell ausgeführt wie zum beispiel timoschuk ist echt gut den den martiness hätte ich mir nie geholt genauso wie den groß da steht auch richtig eng hinten drin naja der die u finde ich auch ganz geil ganz geil gewonnen der stürmer also der trifft zwar manchmal das leere tor nicht aber er ist schön ja und da steht schon 1 0 ramirez gut geschossen kann man nicht sagen du brauchst es dir aber nicht angucken du lutscher alter so jetzt muss ich mich mal ein bisserl aufs spielen konzentrieren jungs meine güte jetzt wieder der blanke vorführeffekt ich hab halt lappen viel bei jungs was ist denn das der spieler ist genau zur stelle bei dieser flanke wo er hin passt da spiele ich ja nicht hin das ist die möglichkeit für einen kontakt ach ey warum pfeift der schiri nicht er ist aber auch wieder so ein typischer ähm typischer typ immer nur schnell auf pace spieler ach ich krieg grad nichts hin das ist scheiße ich will ja auch nicht tricksen weil ich gar nicht tricksen kann er könnte passen er hat ihn abgewährt aber nicht festgehalten oh Gott das ist wieder so ein typisches spiel wo nichts passiert oh man ja und nochmal dazu zu kommen ich musste mir ja die günstigen spieler holen jeder normale weil normale mensch der hier ein bisschen fifa spielt sieht ja gerade sieht gerade selbst und da ist die juve nice schön die juve die juve die juve ja was haben wir der seht ja gerade man kann sich ja keinen normalen spieler mehr leisten das geht ja schon bei den fitnesskarten los bei verträgen los und ich schweige denn bei den ganz normalen spielern und äh mit 35.000 kann ich ja nicht viel anfangen und ähm ich bin ja wieder seit etwas kürzeren wieder in einem forum aktiv zwar unter mr selector also nicht mehr selector 82 und ähm was die leute da mit ihrer millionen rumschmeißen ist ja auch normal 15 millionen und 10 millionen und äh Leute ne das ist ja darum habe ich die frage damals gestellt im ersten video ob jemand ein paar günstige spieler kennt die waren jetzt nicht mehr so günstig wie am anfang ich glaube der gündogan für den muss sich 14.000 zahlen für den den hätte man damals nicht schenkt bekommen oh man man siehts hier fußball ist ein Mannschaftsspiel so jetzt lahm Reus der irgendwie komme ich mit dem Reus gerade überhaupt nicht ins spiel komm er versucht den Ball abzunehmen langsam kann er sich den Ball zurechtlegen guter Angriff aber nur im Ansatz der Gegner ist bereits wieder da weil diese no skill tricks alter diese brotlose kunst immer von den kiddies hier ja das war Reus seine Chance ich meine irgendwie ich weiß nicht was ich hier gerade zusammen spiele alter das ist ja der Witz bei den er gibt dem Vorteil für den der Rampenichtochweg alter so aber der Dante ist so der Wahnsinn oder war das überhaupt Dante ich weiß gar nicht und wieder duf 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 ja aber ähm ich muss sagen ich habe auch sehr viele Rage Critter gehabt gerade so ein Liga 3 und 2 das waren ja auch wie sie gesagt die richtig teuren Teams wo es nach wirklich nach 40 nach 40 Ingame Minuten schon 5 oder 6 0 stand ich habe es leider nicht aufgenommen leider nicht und äh das sind die Rage Critter die die ähm die wirklich so ein Team haben wie ich die nicht so überteuerte Spieler drin haben und die von wenn die verlieren die bleiben auch die verlieren auch ehrenvoll die das habe ich echt schon mitbekommen und äh da hat es dann echt Spaß gemacht der mal so die Spiele und natürlich war es auch richtig geil gegen wirklich gegen richtige das war ein komplettes Team der Tots und ein komplettes Team der Tottis gegen die wirklich so zu gewinnen von daher war das echt ganz lustig also war es auch ganz easy eigentlich für mich in die erste Liga zu kommen 1 1 zur Halbzeit ich denke mal das ist in Ordnung dafür dass ich nicht so gut das Spiel gefunden habe ja Schiss aufs Tor ja also leichter Vorteil auf meiner Seite Ballbesitz war ich ein bisschen abgekackt dabei und so und passt glaube ich müsste mich auch mal ein bisschen ein bisschen zusammenreißen boah wen wechselt der denn jetzt aus? Wellbeck für Toris also da will obwohl Wellbeck ist jetzt nicht so Pace-lastig glaube ich oder? ich weiß nicht werden wir ja laufe des Spiels sehen der Götze gefällt mir auch ganz gut auf der ZOM wie gesagt ist zwar auch nicht mit 84 der ganz ganz schnelle normalerweise wenn man so die Position sieht also gerade vorne spielen ja viele auch mit LF und RF da hast du halt natürlich die klaren Vorteile was Pace angeht mit Walcott oder mit Neymar der jetzt für viele spanische Teams interessant wird ich glaube deswegen ist der Preis auch so weit oben da den man jetzt ins spanische Team mit einbauen kann oh was mache ich denn hier gerade ich rede schon wieder zu viel ich muss mich konzentrieren ja komm ja Jungs ähm könnt ihr mir eigentlich mal sagen Torwart mäßig wir sind der Adler können wir das werben sagen ich war mit dem Wiese jetzt nicht ganz so zufrieden ey was ich wette mit dir der schießt in die Mitte ich wette mit euch der schießt in die Mitte und mit Luris alter ich werde mich auch nicht bewegen komm 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 siehste Mitte war geschossen und vorbei ich hatte nämlich mal was festgestellt bei den ganzen Leuten sobald wie du dein Torwart hin und her bewegst schießen sie nicht in der Mitte bleibst du in der Mitte stehen in der Mitte stehen schießen sie in der Mitte so jetzt müssen wir aber noch ein bisschen Gas geben hier komm oh man ich komme gerade überhaupt nicht ins Spiel mein Lieber guck mal hin er hält doch tatsächlich diesen Ball ja und wir müssen da ein bisschen mit Spott reagieren denn bisher ging ja gar nichts zusammen also der Mann hält seine Truppe hier definitiv im Spiel ja ja zu Wiese nochmal zurück zu kommen ich war nicht ganz so zufrieden mit ihm vielleicht kann mir jemand sagen der Adler hat ja ich glaube eine Gesamtstärke von 84 also der Normale ich rede ja immer von dem Nicht-Inform und ähm der kostet glaube ich auch schon wieder 15.000 oder so vielleicht kann mir jemand mal sagen wie der ist vielleicht hat jemand ein paar Millionchen und hat den Spieler zufällig und brauchen nicht wäre auch geil oh der Duf das ist Duf der schießt zwar Tore ist schnell aber mit seinen 77 ist also die die Ballannahme und alles und das passen nicht so gut ja das Spiel tröpfelt gerade so vor sich hin wenig Highlights das ist ja da kommt was auf uns zu oh weil das ist schon so ein Problem seit 1994 ja wie Fehler von Müller so jetzt will ich auch was sehen Jungs kommt das ist Duf der soll ihn in die Ecke schießen ey und Reus Reus nice Reus 2-1 das war jetzt aber wirklich wirklich glug dass der so verpennt hat da hinten 2-1 schön gemacht von Götze schönes Kopfballtor von Reus was man auch den Duf noch zu gut halten kann der ist echt kopfballstark hätte ich gar nicht gedacht dass der so kopfballstark ist oh jetzt darf ich nicht ich darf jetzt nicht pennen hier hinten guck mal ein wunderschönes Zuspiel da ist wieder so dieser so sieht ein Pass aus Walker Walker ich weiß nicht bei vielen habe ich jetzt auch den Fehler gesehen dass die mit ihren Außenverteidiger also mit R und L rechten und linken Verteidiger dass die immer besser Grundlinie rennen und denn alles frei ist was ich jetzt natürlich hier nicht so ausnutzen kann aber und ich werde ich werde bestraft weil der mir hinten rein rutscht oh Mann so Olaba komm jetzt zeig mal was du kannst da ist der Pferd der Bengel Mann wollen wir mal versuchen auszukonteren der läuft lang da ist der Vermahlen natürlich oh Mann ey das war wieder so dumm gespielt von mir gerade so einfallslos das nervt mich war ja nicht so pralle das 2-1 will ich schon gerne mitnehmen jetzt das ist die Möglichkeit jetzt ein Konter Götze ich komme mit dem Götze gerade überhaupt nicht zur Geltung das stört mich Reus komm 3-1 jawoll Reus zweites Tor wir haben alles sehr sehr wichtig in meinem Spiel ganz ganz wichtig ich kann euch ja noch mal danach mal zeigen wie viele Tore der schon geschossen hat für mich also manchmal ist man ganz nah dran zu fordern dass der Torwart ausgewechselt 3-1 also dafür dass das Spiel nicht so rund läuft für mich war es ganz gut Welbeck Alaba und Alaba wieder versucht das und jetzt ist Riese komm 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 Reus Fehlpass von Reus auf Müller Müller ist auch ganz ganz wichtig für mich auf der linken Seite im ZOM da der wenn er wenn er wenn er durchkommt und so wenn er ein gutes Spiel hat dann ist er auch kaum vorbei zu trennen ist wie gesagt auch nicht der schnellste aber ich bin zufrieden mit ihm muss ich ganz ehrlich sagen und ähm ja ich muss halt nicht alles auf Pace auslastig machen das ist auch so dimm warum man den Ball nicht ausgehen lässt ne da wird da noch ran gesprungen komm 86. Minute das kriegen wir doch noch geschaukelt hier aber ich kenne FIFA das ist die verflixten 2 Minuten jetzt hier gleich er kann auch nur 1 Schüsse enttäuschen Schüsse enttäuschen Schüsse enttäuschen jetzt spielt er mit Lou Ries da vorne aus dieser Ecke ist nichts geworden und der Gegner ist schon wieder unter jetzt zieht er ab ist er schon wieder am Tor? Boah! die Juve alter ich hoffe ihr guckt euch das Tor an ey ich hoffe ihr guckt geil das guck ich mir auch nochmal an zuhause zu sein und von der Ehefrau getrost zu sein aber Manni da müssen wir auch überhaupt nichts beschönigen das ist eine erbärmliche Torhüterleistung geiles Tor die Juve also haben sie wieder zugeschlagen die Juve und Reus jeweils zweimal das sieht langsam düster aus für die Mannschaft die zurückliegt oh die Fehpässe sind bei mir schlimm schlimm grad aber das sollte mich jetzt in der 90. Minute jetzt nicht ganz so stören und der kriegt nochmal die Ecke okay Lahm jetzt nicht der größte Kopfballgott aber er konnte zumindest den direkten Kopfhörer hindern oh da hat Wiese jetzt nochmal göttlich gehalten ich weiß gar nicht was der immer mit seinem Loris hat also und da ist wieder Dante ja das wird aber abpfeifen schießen wir das Ding auch weg und ihr habt gesehen trotz echt schlechtem Spiel von mir habe ich noch 4-1 gewonnen und ich hoffe ihr habt das 90 äh das Tor an der 90. Minute gesehen das war ja mal göttlich wo der Torhüter natürlich nicht ganz auf der Linie stand aber ihr habt gesehen 3,4 8,8 geiles Ding da vorne super super 437 München insgesamt damit wären wir doch denn schon glatt bei oh Jungs ihr seht ich habe noch zwei Spiele offen und ich brauche bloß noch einen Sieg für den Titel in der ersten Liga aber ich zeige euch nochmal schnell jetzt bin ich bei 36.300 und ich zeige euch jetzt noch schnell wie ich es gesagt habe wir waren das Verein Spielerstatistiken da hat natürlich der der Juv natürlich ganz geil gespielt mit 26 gespielt und äh ja genau weil ich den einmal ausgewechselt hatte und 29 Tore und der MS gucken wir gleich mal ja Podolski ja Reus wie sollen sie 4 ja keine Ahnung wenn wir 26 gespielt und 35 Tore der Bengel also ganz ganz geil die zwei Typen da vorne gerade weil die sich mit der Schnelligkeit auch recht gut zu spielen können und ähm ihr habt ja gesehen mit den Doppelpässen reißt man immer ganz gute Löcher auf mit dieser Aufstellung oder mit dieser Formation also hat mich echt 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 positiv überrascht dieses 4 ähm 2 3 1 da ich ja immer vorher dieses 4 12 12 gespielt habe was ihr kennt mit der BPL und mit diesem hammer teuren Bulli Team aber okay das sollte es erstmal gewesen sein mit dem Teil von Food ihr habt gesehen noch ein Spiel bis zum Ligatitel natürlich werde ich das mit euch zusammen spielen wieder und ich hoffe es hat euch gefallen und wie gesagt wegen Adler schreibt mir mal in die Kommentare und wie gesagt wenn ihr noch so Anregungen habt wo man was verbessern könnte wie ihr die Situation gerade im Forum findet dass jeder so mit den Millionen rumschmeißt und wie ihr die Situation auf dem Markt im Auktionshaus findet könnt ihr mir mal reinschreiben mal eure Meinung dazu schreiben okay ich danke mal für heute Abend war es das und ich sag mal Tschüssi